Musik In sonniger, ruhiger Lage auf der Südterrasse des Dachsteins finden Sie uns. Ein Vier-Sterne-Hotel mit Herz. Herzlich Willkommen in der Ramsau am Dachstein im Hotel Berghof. Wir sind eine leidenschaftliche Gastgeberfamilie und unsere größte Freude ist es, ein Stück Urlaubsglück mit Ihnen teilen zu dürfen. Unsere großzügige Sauna, Bade und Wohlfülllandschaft mit Wintergarten ermöglicht Ihnen Wellness auf allen Ebenen. Für Harmonie von Geist und Körper spielt Wasser eine wichtige Rolle. Von Johann Granda beraten, bieten wir Ihnen energetisch belebtes Gebirgswasser, dessen Wirkung Sie angenehm auf der Haut und in der Kehle spüren werden. Musik Genießen Sie unseren Mindness Park im Hotel Areal. Lassen Sie sich vom Klang des Wassers inspirieren, lauschen Sie dem Flügelschlag von Libellen und gönnen Sie dem Kind in Ihnen eine großartige und unvergesslich unbeschwerte Zeit bei uns. Musik Gut gebettet Ist das Maß aller Dinge, wenn wir uns um Ihre Erholung im Schlaf sorgen. Wir betten Sie in Daune, Wolle oder Rosshaar, damit Sie bestens schlafen. Fühlen Sie sich bei uns einfach noch wohler als zu Hause. Musik Das Erlebnis beginnt direkt vor der Haustür. Der Berghof liegt in sonniger Terrassenlage inmitten einer der schönsten Bergkulissen der Alpen. Der ideale Ausgangspunkt für die Erkundung des Dachsteingebirges und der Schladminger Tauern. Musik So sind die Ramsau und der Dachstein seit jeher sagenumwobene Kraftplätze und Orte der Inspiration. Und wer diesen Herrgottswinkel einmal entdeckt hat, kommt immer wieder. Und als Ihre Gastgeberfamilie verbinden wir Ehrlichkeit und Natürlichkeit mit Weltoffenheit und einem modernen Lebensstil. Musik Genießen Sie bei uns den Tag und die Nacht. Ihre Genussurlaubsdestination Hotel Berghof. So schön kann Urlaub sein. www.hotel-berghof.at www.hotel-berghof.at www.hotel-berghof.at